Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil, The Radical, Radical Spot. Ja, das ist ein Scheißer. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Danke, danke. 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 Oh, shit. You can't be serious. We need to destroy that weapon. How can we take that weapon? Ha. It looks like that did the trick. Even he couldn't survive that. Totally. Take that! Open the door. All night. No, it does not. Yeah. Look that way. Right there? Open the door. Open the door. Get out. That's the scene. How are you doing? Go ahead. I saw an inch of the head. I have to do it. You're right. Hey, I got a chair. I got a chair. Get me wrong. Schade, dass der eine Nemesis nicht gar und der feine Nemesis Hörst du was mit dir? Sehr gut ... alle diese Leute ... ... ... ... Musik Ja, die traurigste, traurigste Stadion im Residenz-Piebeln. Rekul City wird zunächst gemacht, beginnen wir mal schnell mit dem nächsten, und zwar mit Ada, Schwelle des Todes, Ada Wong. Ich habe keine Ahnung, warum die diese Verbände hat oder so, ich spiele das auch gerade jetzt, nee, doch, spiele ich gerade zuerst. Es ist vielmehr gemacht, es ist für mich zu bleiben, dass es kompliziert ist, in den fünf sten Lebenshaltenszenzenen, in den ersten Situationen sind. In den Umbredasenerungen im Laboratzieten, ich weiß, dass das Wissen ist. Ich habe das Wissen, dass das Wissen, und das Wissen, was der Wissen, wir haben, der Wissen, was zu finden, Ich muss zu überlässigen, um diese Zeit zu übernehmen, und zu übernehmen, weil ich meine Rechte bin. Ich kann sagen, dass die Wahrheit, wir müssen uns in Ordnung, um die Wahrheit zu machen. 1. Oktober 1998. Ada Wong, Stimo. Ach so, deshalb hat die die Verbände... Ich hab's total gegessen. Leon hat sie ja geflickt. Ah! Cool. 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 So Leute, das war's mit Resident Evil's Umbrella Chronicle Path jetzt. Tschüss.